Shake it down! Moin beste Community, da bin ich wieder, euer Zeddy. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr das VIP-Anführer-Outfit wieder speichern könnt. Ganz normal wie früher. Und das auch noch komplett solo. Das ist doch geil, oder? Und das ist pünktlich zum Wochenende. Was ihr dazu machen müsst, ihr müsst erstmal in die Theke gehen, in irgendein Klamottenladen. Das spielt erstmal gar keine Rolle in welchem. Dann geht ihr auf Outfits, auf Raubüberfall Overalls und wählt den roten Overall aus. Und den müsst ihr dann auch noch speichern. So, wenn ihr das dann gespeichert habt, das Outfit, dann zieht euch irgendein anderes Outfit, das ihr davor irgendwie gespeichert habt, an. Also es spielt gar keine Rolle welches, es darf nur nicht das rote Overall-Outfit sein, sondern irgendein anderes. So, 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 so. So, als nächstes geht ihr unter Verwaltung von eurem VIP und zieht euch die Klamotte an, die ihr gerne abspeichern wollt. So, ich habe mich jetzt für den kleinen chinesischen Jungen entschieden, weil der mir einfach am besten gefällt. Aber, wie gesagt, es spielt keine Rolle. Dann geht ihr ganz normal unter Online, Jobs, Jobs spielen von Rockstar erstellt und startet irgendeine Mission. Ich habe jetzt einfach mal die erste Mission genommen, die Titan und den startet ihr dann alleine. Wenn ihr jetzt also in den Job angekommen seid, müsst ihr nichts anderes machen, als in euer Apartment zu fahren, um euer Outfit zu ändern. Ihr könnt es leider nicht über das Interaktionsmenü machen, weil das sperrt Rockstars im Moment gerade. Also, ich habe es probiert, über das Interaktionsmenü geht nicht. Deswegen die lange Fahrt ist ins Apartment. Und dann müsst ihr wieder auf die Outfits gehen und dann den gerade eben gespeicherten roten Overall anziehen und wieder das Apartment verlassen und zurück zum Kleidungsgeschäft fahren. Und wenn ihr dann an dem Kleidungsgeschäft, also das spielt auch gar keine Rolle an welchem, aber wenn ihr dort angekommen seid, könnt ihr ja nicht reingehen. Deswegen stellt euch so nah, wie es geht, irgendwie an die Türe hin, weil ihr müsst nachher ziemlich schnell sein. Als kleiner Tipp, ich würde den Spawnpunkt auf letzten Ort stellen, damit ihr auch wieder hier im freien Modus dann spawnt. Und dann geht ihr jetzt einfach über euer Handy aus dem Job wieder raus. Und wenn ihr jetzt gleich im freien Modus wieder spawnt, müsst ihr so schnell wie es geht an die Theke von dem Klamottenladen hinrennen, wirklich so schnell wie es geht, weil ihr habt nicht viel Zeit. Müsst sofort das D-Pad nach rechts drücken, um eure Outfits auszuwählen, unter gespeicherte und dann den roten Overall anklicken. Dann seht ihr, dass ihr wieder das VIP-Outfit habt. Das ist jetzt erstmal alles soweit gut, aber ich sag's euch wirklich, beeilt euch, weil bei mir hat's zweimal nicht geklappt, weil ich zu langsam war. Dann müsst ihr wieder auf eure Outfits, VIP-Outfits gehen und einfach wieder keins anziehen. Und wie ihr seht, habt ihr immer noch das VIP-Outfit an, obwohl ihr eigentlich gar keins ausgewählt habt. Und das ist doch super, oder? Dann könnt ihr ganz normal an die hübsche Theken-Frau hingehen und dort das Outfit dann speichern und dann habt ihr das. Das könnt ihr theoretisch mit allen VIP-Outfits machen. So, das war's eigentlich auch schon mit dem Glitch. Ich hoffe, der hat euch soweit gefallen. Wenn's so ist, dann lasst mir ein Like da. Oder wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, damit ihr nichts verpasst in Zukunft, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und ich zeig euch jetzt gerade noch draußen, dass es wirklich unter meine gespeicherte Outfits wirklich drin ist, dass ich keinen Schmur erzähle oder so. In diesem Sinne bin ich jetzt draußen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut's rein, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Beste Community! Da-da-da!